Psalm 37 Das scheinbare Glück der Gottlosen von David Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da, und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit seinen Zähnen wieder ihn. Aber der Herr lacht seiner, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und Morden die Frommen. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen, und ihr Bogen wird zerbrechen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn der Gottlosen Arm wird zerbrechen, aber der Herr erhält die Gerechten. Der Herr kennt die Tage der Frommen, und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Sie werden nicht zu Schanden in böser Zeit, und in der Hungersnot werden sie genug haben. Denn die Gottlosen werden umkommen, und die Feinde des Herrn, wenn sie auch sind wie prächtige Auen, werden sie doch vergehen, wie der Rauch vergeht. Der Gottlose muss borgen und bezahlt nicht, aber der Gerechte ist barmherzig und kann geben. Denn die Gesegneten des Herrn erben das Land, aber die er verflucht werden ausgerottet. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden, und er hat Gefallen an seinem Wege. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Er ist allezeit barmherzig und leidgerne, und sein Geschlecht wird zum Segen sein. Lass ab vom Bösen und tu Gutes, so bleibst du wohnen immer da. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heilige nicht. Ewiglich werden sie bewahrt, aber das Geschlecht der Gottlosen wird ausgerottet. Die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen alle Zeit. Der Mund des Gerechten redet Weisheit und seine Zunge lehrt das Recht. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen, seine Dritte gleiten nicht. Der Gottlose lauert dem Gerechten auf und gedenkt, ihn zu töten. Aber der Herr lässt ihn nicht in seinen Händen und lässt ihn vor Gericht nicht zum Schuldigen werden. Harre auf den Herrn und halte dich auf seinen Weg, so wird er dich erhöhen, daß du das Land erbest. Du wirst es sehen, daß die Gottlosen ausgerottet werden. Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Dann kam ich wieder vorbei, siehe, da war er dahin. Ich fragte nach ihm, doch ward er nirgends gefunden. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Die Übertreter aber werden miteinander vertilgt und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. Aber der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie von den Gottlosen erretten und ihnen helfen, denn sie trauen auf ihn. Er wird sie von den Gottlosen erretten. Er wird sie von den Gottlosen erretten. Untertitelung des ZDF, 2020